Wir haben uns gerade von der Gruppe getrennt gehabt. Geil, dass ich genau da einen Schnitt gemacht habe. Diese Wüste, ne? Das ist ein Levion. Sie durchstreifen die Steppen. Echt geil gemacht. Und dann haben sie die ganze Zeit diese Schriftzüge hinten. Das ist das Schöne dargestellt. Ja, glaube ich auch. Ich bin ein Arschloch. Oh Mann. Ich habe ganz am Anfang von Melsplay gesagt, dass ich immer die Arschloch-Antworten-Möglichkeiten wähle, wenn es welche gibt. Oha. Oh Mann. Ich will gar nicht wissen, wie lange die schon dahin reiten. Oh, süß. Alter, wie weit hat er das in seine verdachte Base gebaut? Alter. In der Ernst? Wir können die ganze Zeit rumdürkeln. Nörgel, nörgel, nörgel. Nörgel. Nörgel, nörgel. Nörgel, nörgel, nörgel. Das ist auf jeden Fall richtig. Nörgel. Der Ende ist sehr tief. Es fühlt sich, dass wir seit langem fahren. Ich sage euch, dass wir nicht nach den Farlands gehen können. Sie sind nicht nur die Bedeutung unserer Welt, sondern die Grenzen unserer Entdeckung. Oh, bitte. Die Farlands sind ein glückliches Abfall. Das ist die Art der Natur zu halten. Nein, nein, nein. Sie sind gefährlich und unverdichtbar. Die Perlen-Noise, die Flöten-Plätze. Das sind nicht die Dinge, die sich mit zu spüren. Ich glaube, ich habe schon gehört von den Farlands gehört. Ich werde mich überrascht, wenn du nicht. Die Farlands liegen auf der Bedeutung von allen Dingen. Wo die Logik gibt es zum Chaos. Sie sind ein gefährliches Ort zu besuchen. Und ein schreckliches Ort, um ein Laboratorium zu construieren. Haha, einfach warten, bis sie sehen. Die beiden nicht aufhören? Nein, ich bin zu füren, um zu interessieren. Nein, ich bin zu füren. Vielleicht sollten wir zurückgehen? Das ist nicht der Zeit. Die Flöten sind zu gefährlich. Du wirst niemals wissen, was vielleicht überrascht. Was war das? Mein Stomach. Leute, wir können jetzt nicht zurückgehen. Nicht nachdem wir so weit kommen. Okay, aber ich mache eine Pause. So bin ich. Wir können ja mit allen sprechen, oder was? Ja, tatsächlich. Ähm, aber ich werde jetzt mal wissen. Bevor wir jetzt gleich sagen können, von wegen los steht auf, wir müssen weiter. Ich möchte gerne wissen, was hier ist. Karotten. Karotten. Wahnsinn. Sehen. Nehmen. Ja, ich will sie nicht essen. Ich will sie nämlich nicht essen. Ich will sie mitnehmen. Hab ich ja den Karotten gesagt? Ich glaub schon, ne? Die nehm ich ja nur. Ah, scheiße. Ich bin ja ein Arschloch. Ich hätt's eigentlich essen müssen. Hexenhütte. Komm, erkunden. So wie vor der Hexe Angst haben, hallo? Da war ja Kuchen drin, glaub ich. Wir brauchen diesen Kuchen. Ja, Eivor, sagst du, der den Wither gespawnt hat. Äh, Trude suchen. Kuchen. Ups. Runter. Wow. Weg. Oh Gott, der ist einfach abgehauen. Dieser miese Kerl. Oh, ist das jetzt wegen mir passiert? Ähm, sorry? Hey, du! Witch! Was? Uh, gut, dass man sich einmal verdrücken kann. Ich hab keine Ahnung, er ist davon gelaufen. Oh Gott, wer wird uns schon ein... Ja, komm. Ist mir doch egal, wo dieses blöde Mistkerl ist. Hat's wahrscheinlich wieder unsichtbar gemacht. Was? Ich werde auch sehen, ich werde auch sehen! Ich werde auch sehen! Schau! In all its gloria. This wall. Did Ivor build this? No, of course not. This is a natural phenomenon. The intersection of two of the great walls that form the boundary of our world. Incredible. You can say that again. Incredible. How can Ivor live here? I mean, it's one thing to build a wool world inside the end, but this? Oh, I doubt he lives here. He most likely comes here only for his most secretive research. Whatever Ivor is hiding in here, it will be extremely well guarded. Ah, ja. Aber von was? Ja. Ich mich auch. Aber ich bin ein Arschloch, ich darf nicht trauern. Ja, die haben auch alles eingebaut, ne? Von Minecraft. Ja, Rita's will. Ja, das muss sich chromosomes. Ja. Von Minecraft. Ich bin revolutionär. Ich bin ähnlich. Von Minecraft. Ich bin derart. Ich binmekke ausdrückt. Ich bin in den Schro direction nur sozusagen. Ich bin in anderen Schäden. Putain. Ich bin ausbietimportz accompagnabili zin traded. Ich bin Linien. Und drüber? Komm, wir sind gut. Oh Gott. Ich hasse Labyrinths. Aber wir sind ja ein Arschloch und Arschlöcher sind mutig. Und denen ist es scheißegal, was auf dem Weg passiert. Und sei es, dass man die Hälfte der Gruppe verliert. Ah, komm mal, da hinten ist jemand von uns. Die Steuerung ist immer so ein bisschen komisch, finde ich. Dich kann ich nicht ansprechen, dich auch nicht. Dich kann ich auch nicht ansprechen, wie es aussieht. Was kann ich denn machen, Leute? Hallo. Kann ich irgendwas machen? Geht hier lang? Nee, na? Kann ich da lang gehen? Ja, tatsächlich. Das hat man richtig schlecht gesehen von meiner Seite aus. Ja, okay. Weiter gehen. Oh Gott. Hier kommt was. Kies. Natürlich. Hallo? Angreifen. Ranken, Trank, der Sprunghäufe verwenden, klettern. Ja, komm. Ich meine ja nur, wir haben ja den Schrank extra gehabt, also warum nicht? Also man kann auch klettern, wenn man die extra wahrscheinlich nicht geht. Ja, ich glaube. Aber jetzt, was wir tun? Wir sind alle separatiert. Oh Gott. Ja. Kann ich theoretisch unterfallen? Ne, ne? Ne, anscheinend nicht. Gut. Okay, kann ich... Oh, Entschuldigung. Ich wollte wissen, ob ich springen kann. Äh. Geil, hier lang kann ich gar nicht gehen. Wo lang kann ich denn gehen? Das sieht man richtig scheiße. Ähm, hier lang kann ich. Dann kann ich hier lang. Hier bestimmt lang. Äh. Guck mal, was ist denn da lang? Lass uns mal gucken, was da hinten ist. Ich seh nix, ne? Komm ich da nicht weiter? Natürlich komm ich da weiter. Hallo? Willst du mich verarschen? Gott, ich seh da nichts. Mein Gott. Oh Gott. Achso. Ansehen. Kann ich nicht einfach hochspringen? Ich hab doch noch den starken Sprungkraft, oder nicht? Wird doch viel einfacher. Hm. Muss ich mir jetzt hier verschiedene Sachen auch noch ansehen, oder was? Warte, bevor ich irgendwie weiterkomme. Das wäre ja ein bisschen komisch, findest du nicht? Spiel. Ich glaube, hier drin war ich schon, oder? Weiß es gerade nicht. Ich geh einfach mal da lang. Komm hier aber weiter? Nee, ne? Es ist echt schwer zu sehen, wo man lang eigentlich gerade geht. Okay, okay. Ähm, es ist immer noch ein Labübrin. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann kommen wir mal nach vorne hier. Hier zu uns an. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas zu entdecken. Komm, meine Spinne. Hm. Komm, gehen wir mal zu spinnieren. Hier war doch gerade noch Spinne, oder nicht? Spinne? Ja, Spinne. Hab ich doch gesagt, dass da noch Spinne war. Was, 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 was? Kuckuckuck. Los. Und. Achso, ich dachte, ich muss nochmal E drücken. Oh, fuck. Ups. Ähm. Das ist jetzt natürlich weniger gut. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das ist jetzt noch nie allen Ernstes neue Sackkasse, oder? Oh, Gott, Leute. Oh, Gott. Seriously? Okay, wie wäre es denn noch weiter nach vorne? Mein Gott. Komm ich noch weiter hierher? Tatsächlich, okay. Alter Schwede, was ist das denn für ein Labyrinth? So, dann gehen wir hier lang. Ah, hinten war so. Oh, oh. Huh. Alter, jetzt haben wir gar keine Waffen mehr, ne? Mist. Aber gut, dass wir die Pfeile aufgespart haben. Oder? Okay, ich weiß ja nicht, wie das sonst geendet wäre, ne? Was ist das Ding? Das kann man nicht wissen. Muss man irgendwie hier den Fackeln folgen? Kann das sein, dass ich immer auf dem beleuchteten Weg sein muss? Hab ich so das Gefühl. Hm. Das entdecke ich aber früh dann. Ja. Warum benutze ich einfach mal deine verdammte Sprungkraft und springste hoch? Dummes Mädel. Hm. Ich glaube, hier kann ich lang. Warte mal, Leute, ich sehe nichts. Ach, cool. Da kann man bestimmt so gleiten. Ansehen. Ach, die Boote. Ja. Jetzt guckt ihr es mal an. Hier, guck mal. Was sind die anderen? Ich bin so froh, dich zu sehen. Oh. Die Maschine, die Maschine. Ich bin so froh, dich zu sehen. mit Eligard. Es kann nicht so kompliziert sein. Nicht, wenn es etwas Ivor hat. Halbiert. Das bedeutet, es war hart genug, dass er sich verletzt und verletzt. Das Layout nicht mehr Sinn macht. Was hat Ivor gedacht? Oder vielleicht ist es nur ich. Ich meine, Eligard selbst sagte, dass ich nicht habe, was es braucht, um eine große Enginheur zu sein. Ach du Schiss. Wenn du sie schon wissen, was er dir sagt, sie kann es natürlich nicht. Ich weiß sie das Gegenteil. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Ich weiß nicht, was es braucht. Sorin und Ivor sind immer bei uns. Der größte Krieger in der Geschichte nicht erinnert seinen eigenen Namen. All ich immer sehe Magnus machen, ist zu schreien. Und wir beide wissen, was passiert mit Eligard. Oh, Mom. Die Order kann das nicht tun. Wie müssen wir das? Wie müssen wir das tun tun? Wir sind niemand. Du weißt, was? Wir sind besser als sie. Besser als die Order? Ich weiß nicht, was das. Ich meine, sie verletzten einen Ender-Dragon. Ich weiß nicht, was wir richtig gemacht haben. Ich weiß nicht, was wir leben können. Ich weiß nicht, was wir leben können. Ich weiß nicht, was eigentlich interessiert. Ich weiß nicht, was wir eigentlich nicht mehr interessiert. Wir sind die, die wieder wieder zurückgebracht haben. Du hast Eligard, ich habe Magnus gefunden. Ich habe Magnus gefunden. Wir beide mit Sorin' mit Sorin'em spielten. Ja, ich weiß nicht, das ist wahr. Na komm, reiß dich zusammen. Ah, all right. Ich weiß nicht, was wir im Moment nicht mehr tun. Na komm. Hä? Ähm, wir haben alle Zandteile. Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal craften. Äh, verwenden. Weil wir brauchen einmal den Kolben und müssen daraus jetzt einen klebrigen Kolben machen. Zack. So. Äh. Weg daraus. Nein, falsche Taste. Entschuldigung. Ähm. Hä? Das wird ja wohl kaum so gewesen. Achso, nee, ich brauche noch einen Redstone-Block. Ja, 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 natürlich. Entschuldigung. Äh, den wieder weg. Ah, ich dachte, der wäre da schon. Na komm, so schnell kann ich nicht sein. Zack. Na komm. Und, dack. So. Okay. Ein Redstone-Block. Ja, wir sind gut. So. Äh, dann da hingehen. Ist das richtig? Oh, ganz zufällig haben wir was mit. Ich bin stolz von dir, Olivia. Danke, Jesse. Und danke für alles, was du vorhin gesagt hast. Es hat wirklich geholfen. Kein Problem. Oh Gott. Ob sie es rüber schaffen. Das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ja, lasst du eine kleine Bewertung da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.